Hi, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. In diesem Video erkläre ich euch, wie ein Bußgeldverfahren abläuft. Was passiert alles, bevor der Bußgeldbescheid verschickt wird? Und wie geht es weiter, wenn ihr Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegt? Habt ihr noch weitere Fragen zum Ablauf eines Bußgeldverfahrens? Dann stellt sie uns in den Kommentaren. Was passiert vor dem Versand eines Bußgeldbescheids? Zunächst muss euer Verstoß natürlich festgehalten werden. Zum Beispiel von einem Blitzer. Stellt die Bußgeldbehörde fest, dass ihr gegen die Verkehrsregeln verstoßen habt, eröffnet sie das Bußgeldverfahren. Anhand des Kennzeichens auf dem Blitzerfoto lässt sich schnell das betreffende Fahrzeug und dessen Halter ausfindig machen. In Deutschland kann jedoch in der Regel nur der schuldige Fahrer für den Verstoß zur Verantwortung gezogen werden, nicht der Halter des Fahrzeugs. In vielen Fällen geht die Behörde zunächst davon aus, dass Fahrer und Halter identisch sind. Sie schickt dann einen Anhörungsbogen an den Halter, in dem dieser zu dem Vorwurf Stellung beziehen kann. Wart ihr als Halter nicht der schuldige Fahrer, ist das jetzt die beste Gelegenheit, die Sache richtig zu stellen und den wahren Täter zu benennen. Andernfalls schickt euch die Behörde als nächstes den Bußgeldbescheid ins Haus. Manchmal wird allerdings schon anhand des Blitzerfotos ersichtlich, dass es sich bei Halter und Fahrer offensichtlich um zwei verschiedene Personen handeln muss. Zum Beispiel, wenn der geblitzte Fahrer eindeutig ein Mann ist, das Auto aber auf eine Frau zugelassen ist. In einem solchen Fall verschickt die Bußgeldbehörde eher keinen Anhörungsbogen an den Halter, sondern einen Zeugenfragebogen. Denn als Halter solltet ihr ja eigentlich wissen, wer wann mit eurem Fahrzeug gefahren ist und somit den Schuldigen benennen können. Bekommt ihr einen solchen Zeugenfragebogen zugeschickt, seid ihr grundsätzlich verpflichtet, diesen wahrheitsgemäß auszufüllen. Eine Ausnahme von dieser Verpflichtung besteht nur, wenn ihr dabei euch selbst oder einen nahen Angehörigen beschuldigen müsstet. Dann greift nämlich das sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht. Übt ihr dieses aus oder füllt ihr lediglich die Angaben zur eigenen Person auf dem Zeugenfragebogen aus, kann das möglicherweise dazu führen, dass die Behörde den Schuldigen nicht ausfindig machen kann. Ihr bleibt dann manchmal nichts anderes übrig, als das Bußgeldverfahren einzustellen. Für den Täter ist das zwar gut, für euch als Fahrzeughalter aber nicht unbedingt, denn als Konsequenz kann euch eine Fahrtenbuchauflage drohen. Was es damit auf sich hat, haben wir hier in einem anderen Video für euch erklärt. Habt ihr den Schuldigen im Zeugenfragebogen hingegen benannt, erhält dieser als nächstes den Anhörungsbogen und wahrscheinlich später auch den Bußgeldbescheid. Fassen wir die einzelnen Schritte nochmal zusammen. Als erstes stellt die Bußgeldbehörde einen Verkehrsverstoß fest und eröffnet das Bußgeldverfahren. Gehen sie davon aus, dass Halter und Fahrer nicht identisch sind, erhält der Halter häufig den Zeugenfragebogen. Dieser führt entweder dazu, dass der Schuldige ermittelt wird oder dass das Verfahren gegebenenfalls eingestellt werden muss. Glaubt die Behörde den Schuldigen zu kennen, verschickt sie einen Anhörungsbogen, in dem der Beschuldigte sich zur Tat äußern kann. Gibt der Beschuldigte hier keine Gründe an, warum der Vorwurf falsch ist, erhält er von der Behörde meistens anschließend den Bußgeldbescheid. Was passiert, wenn ihr Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegt? Wenn ihr einen Bußgeldbescheid einfach akzeptiert und das Bußgeld wie gefordert zahlt, ist das Bußgeldverfahren an dieser Stelle vorbei. Ihr könnt aber auch Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen. Dazu müsst ihr euch schriftlich an die Bußgeldbehörde wenden und begründen, warum ihr das Bußgeldverfahren gegen euch für unzulässig haltet. Mögliche Gründe wären zum Beispiel eine Verjährung der Tat oder außergewöhnliche Umstände, die euer Fehlverhalten entschuldigen. Auch Fehler bei der Messung können einen Einspruch begründen. Habt ihr den Verdacht, dass euer Bußgeldbescheid unzulässig ist, könnt ihr ihn von einem Fachmann prüfen lassen. Das geht zum Beispiel einfach und kostenlos unter bußgeldkatalog.org. Den Link und weitere Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sobald der Einspruch bei der Behörde eingegangen ist, wird euer Fall erneut geprüft und dabei alle Informationen berücksichtigt, die ihr beigesteuert habt. Dieser Vorgang wird als Zwischenverfahren bezeichnet, welches oft von der Staatsanwaltschaft übernommen wird. Gibt diese eurem Einspruch statt, wird das Bußgeldverfahren eingestellt und die Sache ist für euch erledigt. Hält euch die Staatsanwaltschaft aber nach Sichtung aller Beweise immer noch für schuldig, geht euer Fall an das zuständige Amtsgericht. Damit ist das Hauptverfahren eingeleitet. Hier habt ihr erneut die Chance, Beweise für eure Unschuld vorzubringen und könnt euch dabei auch von einem Anwalt unterstützen lassen. Je nachdem, ob ihr das Gericht überzeugt, wird euer Bußgeldverfahren entweder eingestellt und es erfolgt ein Freispruch oder das Gericht verhängt ein Urteil. Hält es eine Gerichtsverhandlung nicht für nötig, entscheidet es per Beschluss. Dem können der Betroffene oder die Staatsanwaltschaft aber jederzeit widersprechen. So oder so, in der Regel ist an diesem Punkt das Bußgeldverfahren beendet. Hat das Gericht ein Urteil oder einen Beschluss verhängt und ihr wollt euch mit dieser Entscheidung partout nicht zufrieden geben, habt ihr möglicherweise noch eine letzte Option, die Rechtsbeschwerde. Diese ist aber nur unter strengen Voraussetzungen möglich. Wird eure Rechtsbeschwerde aber zugelassen, befasst sich das Oberlandesgericht mit eurem Fall. Dieses fällt dann entweder selbst eine abschließende Entscheidung oder verweist den Fall zurück ans Amtsgericht. Und egal wie diese letzte Verhandlung für euch ausgeht, das Bußgeldverfahren ist damit endgültig abgeschlossen. Ihr seht, so ein Einspruch kann ziemlich viel in Gang setzen. Es ist deshalb ratsam im Vorfeld zu prüfen, ob sich ein Einspruch in eurem Fall lohnt. Nützt dazu doch den kostenlosen Bußgeldcheck, den wir euch unten verlinkt haben. Habt ihr noch Fragen zum Ablauf des Bußgeldverfahrens? Dann stellt sie uns in den Kommentaren. Hat euch dieses Video gefallen? Dann lasst uns ein Like da und wie immer vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.